Hallo und herzlich willkommen zurück zu Demon's Dream New World Ja Freunde, ich habe mich hier mal ein bisschen umgeguckt Die Und den Spiel schon dann wieder geladen Ich weiß jetzt wo es lang geht, aber Ich wollte nochmal kurz Euch etwas zeigen Und zwar Wenn ich das jetzt nochmal finde Das sollte glaube ich irgendwie da oben gewesen sein Äh, nein, zu weit oben Das war zu weit oben Mensch, wo war das denn jetzt nochmal? Äh, man Genau hier See der Wahrheit Dieser Ort soll von allem unheimlich beschützt werden Und eine Oase der Ruhe sein Hier gibt es noch eine Tarotkarte Die nehmen wir mit Nee, da gab es nichts mehr Es gibt nämlich mehrere dieser Oasen, sage ich jetzt mal Da kann man so einiges finden Phönix Weder Ach, geh weg, alter Mann Da ist natürlich auch noch was drin Ein Lichtring Und eine Goldschleife Und eine Goldschleife Können wir vielleicht später gebrauchen Falls euch fragt, äh, wenn ich Da ich ja jetzt weiß, wo es lang geht Äh Ob ich das Zeitlimit nicht vergessen habe Nein, das habe ich nicht vergessen Ähm, das ist aber auch noch nicht aktiv Das werdet ihr aber auch gleich sehen Da 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 Hier in der Wüste war auch noch eine Äh, ich bin doch gerade im falschen Gebiet War da auch noch eine Oase Äh, das sollte die gewesen sein Das hier, das hier nicht Hier war aber auch, glaube ich, irgendwo eine Kiste Fette Schlange Speichere ich besser mal ab Ich weiß nicht Ich habe gegen die Viecher noch nicht gekämpft Ich weiß nicht, wie stark die sind So, hier gibt es auch noch eine Tarotkarte Da oben Sind, äh Auch noch ein paar Items drin Die ich mir gerne mitnehmen würde Das sind Zitronen Die können Das Tempo dauerhaft um eins erhöhen Nehmen wir mal Ryoko und Palmeo Birne, die haben wir auch gefunden Jetzt hoffe ich mal, dass ich Da dran vorbeikomme Jawohl Ah, da kommt eine große Schlange Mann, sind hier Viecher unterwegs Da fliegt was Und hier oben Ein Wunschbrunnen Hallo Reisende Ich bin der geheime Wunschbrunnen Wirf Geld in mich hinein Und du sollst Glück erfahren So, was ich schon mal ausprobiert habe Bei 100 Gold ist nichts passiert Bei 500 Gold Halt er die Gruppe Bei 5000 Gold Das werden wir jetzt machen Bekommen wir ein kleines Geschenk So viel Geld Lecker Das sollst du nicht bereuen Hier ist eine Belohnung Für dich Elfenbein und eben Holz Wow, diese Schwerter sehen wertvoll aus Kommen mir sehr bekannt vor Ja, die gehören auch Noxus Dadurch lernen wir wieder die Attacke Neutro Heap Und die war Nicht sehr schwach Also Die Schwerter sind Werden als Klar als Zweihandwaffe Gezählt Geben aber 10 Defensive drauf Ist also gar nicht mal so schlecht Ist aber ein bisschen schwächer In zwei Punkte Als das Elektron Flambert Entschuldigung Ich werde die erstmal ausgerüstet lassen Da ich Nicht weiß Wie die nächsten Gegner So drauf sind Hier ist auch noch eine Kiste Mit 2000 Gold Man kann den Wunschbrunnen übrigens Nochmal anlabern Und dem nochmal Geld geben Da wir noch keine 5000 haben Habe ich das noch nicht Ausprobieren können Hier ist noch eine Tarotkarte Und ein Stärkering Den wir Noxus jetzt anlegen Die Terra-Ringe hatten wir ja auch gefunden gehabt Das ist der Stärkering Ja So, das war's erstmal Dann fliegen wir wieder zurück nach Breaker Das ist nämlich in der Stadt Das heißt wieder rauf da Breaker Ja, die zwei Schwerte Die sehen ziemlich cool aus Auf Noxus Rücken So, man hätte sich ja auch Hier ein bisschen umgucken können Da oben, seht ihr das? Da geht's runter Und jetzt fängt das Zeitlimit an Wartungsvorschrift Grün, Blue, Rot Hier gibt's Hier gibt's grüne Knöpfe Blau und Rote Die müssen wir in der Reihenfolge Auch so Wieder Geschrieben stand Drücken Das heißt Erst die grünen Dann die blauen Und dann die roten Da ist noch ein roter Äh, nee Hier war der grüne Das nehmen wir mit Skalpelle Engel Das ist auch wieder was für Noxes Ja Hallende Haut wollen wir lernen So Hat er zwar jetzt auch ausgerüstet Aber können wir ja gleich noch machen Jetzt die blauen Ich hab das hier schon mal Also hier den Teil schon Vorhin mal durchgespielt Damit ich da nicht wieder so hänge Wie funktioniert das Sondern Dass der Spielfluss dann Ein bisschen Schneller vorangeht Finde ich da Dabei ein bisschen besser Wie ihr das seht Könnt ihr mir gerne In die Kommentare schreiben Dass ich das jetzt mal so gemacht habe Ich bin ja auch noch am ausprobieren Und so Das im Zeitlimit Haben wir das jetzt geschafft Und dann gehen wir wieder Zu dem Zu dem guten Wächter Er hat es geschafft Und das innerhalb des Zeitlimits Ich dachte mir schon Dass ihr keine normale Truppe seid Hier ist eure Belohnung Vielleicht könnt ihr etwas damit anfangen Kreuzhebelarten und Apfel Jetzt lasse ich euch natürlich In unsere bescheidene Stadt Entschuldigt dass ich eure Situation So ausgenutzt habe Kein Problem Das sind wir schon gewohnt Da hat Nox ist recht Mit seinem Gedanken So Jetzt sind wir endlich in der Stadt Das heißt Wir gucken uns auch Direkt mal um Ähm Ja gut Die 10 Ich weiß nicht Das hat Hab hier Absorber Ich glaube das lasse ich doch mal Ich lege das Eiseschild wieder an Auch wenn es zwei Schwerter sind Ähm Dieses Ebenholz Und so 350 Gold Nett Äh Der Angriff zählt als Ein Hit Das habe ich schon ausprobiert Deswegen lohnt es sich jetzt doch nicht Kamille Was kann man denn Naja Der Apfel Ein P So Was kann ich euch anbieten Ein Aquastab Hm Ne Ist doof Auch doof Brauchen wir nicht Mensch Was es hier wieder gibt Äh Ein Vitrischild Tja Gibt es einiges Oh Oh Nochmal mehr Stärke Aber Wir brauchen erstmal Ne Menge Gold Bis zum nächsten Mal Was haben wir hier Gut das übliche Da haben wir Erst letztens Eingekauft Wo kommen wir denn hier noch Vorbei Oh Da ist eine Dauerkarte Und eine Nebenquest Hallo zusammen Können ihr mir vielleicht Bei etwas helfen Worum geht es denn Wenn man fragen darf Es ist so Mein Mann will Dass ich Mal wieder etwas neues koche Und zwar eine Kalmar Suppe Nur habe ich das Rezept nicht Ich hörte Dass es in Florum Eine Bibliothek gibt Vielleicht könnt ihr mir das Rezept besorgen Ihr kommt doch bestimmt dort vorbei Nun ja Mission annehmen Sicher werden wir ihnen helfen Wir kommen so schnell wie möglich mit dem Rezept zurück Gut Florum ist eine Stadt Wo die jetzt liegt Weiß ich nicht Da müssen wir mal gucken Na was sagt die Dame uns hier Hallo Reisende Habt ihr schon Falkenauge kennengelernt Falkenauge Nein Wer ist das Wer das ist Ihr kommt anscheinend nicht von hier Er ist der Bürgermeister dieser Stadt Sowas wie unser Herrscher Oh Ja Wir sind von außerhalb Daher Nun Dann ist es okay Ihr müsst ihn dann unbedingt in seiner Festung aufsuchen Besucher haben sich dort zu melden Na schön Vielen Dank für die Info Dann werden wir das mal tun Na zuerst Was ist denn dieser Vase drin Heiliges Wasser Immerhin Gut Wo waren wir noch nicht drin Da ist das Pub Gibt es hier irgendwelche Nebenquests Nein Gibt es nicht Ich will auch nicht mit den Leuten sprechen Die mir nix bringen Da oben Kiste Für nix weder Gut Tarotkarte Einsammeln Danke Wahrscheinlich ist da oben der Bürgermeister Ne Was haben wir hier noch Toll ich bin nur vorbei Flammenschutz Rolle Ist da Ist da ein Tarotkarten Nein Auch nicht Auch nicht Nö Nö Alles arme Schlucker hier Die haben nix in ihren Vasen Gut Wie viele Tarotkarten haben wir eigentlich schon 32 Ja immerhin Dann gehen wir mal nach oben Oh Vasen zum Durchsuchen 500 Gold erhalten Ja Da ist nix Ne Ne Hat sich auch nichts hinter dem Baum versteckt Da ist auch nichts Ach ja die liebe Sucherei Ist das nur das Inn Sieht fast so aus Tot mir leid Aber ihr könnt hier jetzt nicht vorbei Die Zimmer sind noch nicht fertig Okay Dann gehen wir halt Unsere Betten sind noch nicht fertig Komm später wieder Ja Dann halt nicht Dann gehen wir halt Wenn ihr unser Gold nicht wollt Oh da ist noch eine Kiste Na da brauchen wir wahrscheinlich die Spitzhacke für Magisches Wasser Tja Dann müssen wir uns wohl eine Spitzhacke kaufen Oh noch eine Tarotkarte So Ist da noch was drin Ja Flammenschriftrolle Da unten Nein Die Pflanzenwelt Die Angelius braucht so viel Sonne und Wasser Die Blätter dieser Pflanze haben Kleine blaue Samen versteckt Die UV-Strahlen der Sonne laden Energie in die Samen Die dadurch haltende Kräfte entwickeln Ja Schön So eine Pflanze hätte ich auch gerne in meinem Garten Nö Hier gibt's nix Gibt's hier noch was Na hallo Moin Flammenschriftrolle Davon haben die scheinbar eine ganze Menge Aber irgendetwas anders nützlich ist Nö Ein Apfel Den mampfen wir mal Krieg Ryoko wieder Und weiter geht's Was ist da drin Oh das sieht mir aus wie die Kaserne von den Soldaten Na was haben wir denn da drin Für nix weder Und Nix Oh Da spreche ich euch mal Hallo Monsterbänder Das soll bändiger heißen Hey Leute Ihr traut euch wirklich gegen die Monster in der Arena anzutreten Ihr seid mutig Es gibt drei Schwierigkeiten gerade Welchen wählt ihr? Ach Wollen wir das wirklich machen? Gehen Geht bitte zurück Ja ist okay Wir wollen erstmal hören was der Bürgermeister zu sagen hat Und hier nochmal reingucken Die Tür ist verschlossen Aber so geht das nicht Das ist die Festung der Organisation Falkenauge Zutritt ist für Außenstehende verboten Aber wir müssen hier durch Ich bin auf der Suche nach etwas Wichtigem Macht das ihr Land gewinnt Los verschwindet Das war deutlich Noxus was machen wir jetzt Der Kristall könnte in der Festung sein Tut mir leid Mir fällt im Moment auch nichts ein Diese Wache könnten wir zwar überbaitigen Aber wir wissen nicht Aber wir wissen nicht Was dieser Falkenauge uns entgegen zu bringen hat Können wir nicht mal eine Pause machen? Bin echt kaputt Ist schon in Ordnung Ryoko Wir sollten uns in dem Inn Ein wenig ausruhen Die letzten Tage waren für uns alle sehr anstrengend Wir können uns morgen doch Gedanken darüber machen Na schön Mir wird schon etwas einfallen Ob die Betten dann doch mittlerweile fertig sind Dann wollen wir uns mal zum Gasthaus begeben Ich glaube ich bin gerade Zu weit gegangen Ja hier war das doch Nun gut Hallo zusammen Willkommen in unserer bescheidenen Unterkunft Wir haben noch zwei Zimmer frei Hm Hier sind vier Personen Eine Übernachtung für vier Personen kostet 300 Gold Ja aber Müssen wir ja Wir nehmen die Zimmer Sehr schön Die Zimmer befinden sich im Stock über euch Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt Jetzt muss man auch noch selber dahin latschen Mann Truhe Lichtschriftrolle Da scheint der Raum für die Frauen zu sein Ich wünsche euch eine gute Nacht Gute Nacht Noxus Gute Nacht Skylar Komm Ryoko wir gehen schlafen Super dann schnell ins Bett Ich bin schon todmüde Na schön Wir nehmen uns den Raum nebenan Ich hoffe du schnarchst nicht Haha Sehr witzig Lass uns reingehen Tja Ja Was ist mit dem Raum hier Tür ist verschlossen Okay Damit hat sich dann die Frage auch geklärt Das ist unser Zimmer Mal sehen Hauptsache da stehen Rüstungen rum Lass uns jetzt schlafen gehen Ich fühle mich völlig entkräftet Ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Du siehst ehrlich gesagt nicht allzu fit aus Mach dir keine Gedanken Mir geht's gut Ich brauche nur eine Mütze vor Schlaf Alles weitere besprechen wir morgen Gut dann Gute Nacht Gute Nacht Skylar Gute Nacht Noxus Doch sieht sie nicht herzallerliebst die beiden Noxus Schläfst du schon? Er war wohl sehr erschöpft Was wohl in seinem Kopf vorgeht? Gute Frage Noxus Noxus wo bist du? Noxus ich warte nicht mehr lang auf dich Oh Du bist viel zu langsam für einen Soldaten Noxus Du musst dich mehr anstrengen Tut mir leid Bruder Oh Noxus Bruder Ich bin solche Missionen noch nicht gewohnt Hör auf mich Bruder zu nennen Ah ok Wir sind auf einer Mission Zeig ein bisschen Professionalität Vielleicht solltest du mehr trainieren Wir sind ja nicht zum Spaß hier In diesem Wald geht irgendetwas seltsames vor sich Einige unserer Ritter die hier patrouillieren Sind nicht mehr zurückgekommen Wir müssen herausfinden was mit ihnen geschehen ist Die königliche Armee vertraut auf unsere Fähigkeiten Jawohl Kommandant Okay Ins Menü kommen wir nicht Ja Freunde Wir befinden uns scheinbar in Noxus Traum Und haben gerade erfahren Dass er wohl mal einen Bruder hat Oder gehabt hatte Und hier sehen wir uns auch In der nächsten Folge wieder Von Demon's Dream New World Ich mach's gut Ihr macht's besser Bis dahin Ciao Ciao